Aha. Soll ich dir die Geschichte mal vorlesen? Au ja! Na dann können wir ja loslegen. Nein, warte. Was denn noch? Ich muss zuerst die Verkleidung abmachen. Kannst du mir helfen? Oh, wieso das denn? Das wäre doch schade. Na ja, wenn das Auge zu ist, dann kann ich nicht richtig zuhören. Nein. Aber du hörst doch mit den Ohren zu und nicht mit den Augen. Bei mir hängt das alles miteinander zusammen. Ehrlich? Ja, wenn ich mir die Ohren zuhalte, dann kann ich auch nicht richtig riechen. Ha, das ist ja ein Ding. Ach gut, dann muss man, wo ist denn das jetzt hier? Du hast einen dicken Knoten da reingemacht. Ja.